um und wie angesprochen äh Green, da bist du ja wieder hallo Green, wie sind namensvetter ich glaub du bist zu weit... ach ne doch nicht da ist ein Eisenschwer frisch benutzt AAU! Nein! Aua Ah, ich spring einfach durch am Boden vorbei du Noob Ich heige jetzt mal die Luft an, ne? Ähm, du weißt aber schon, wenn sie blau anläuft und umkippt, ist es unterlassene Hilfeleistung Können wir ja nicht sehen Wir haben nix gehört Wir haben nichts gesehen Ihr habt keine Beweise, dass jemals dieses Gespräch stattgefunden hat Welches Gespräch? Dass du Luft anhältst Was soll die Checker finden, können wir denn... Wie kannst du ja wissen, dass das Checker... was der denn war, so Es ist nichts passiert Nico, kommst du mal her und gehst mit Achso, ich bin jetzt unten Warum? Er zu suchen Ja, geht hier auch Ich suche hier unten gerade einfach mal Oder wir suchen mal ne Höhle Alter, wie lange haben wir ihn gegraben hier unten? Zu lang Ihr, nicht ich Ich hab gesagt, wir Ja, ihr, nicht ich Ja, ihr, nicht ich Ihr, nicht du Vor allem hier so ne Facke über Lava gesetzt, geiler Scheibe Hast du's da, Herr Lesser? Ich will ne Höhle finden, tschalalala, ich will ne Höhle finden, ich geh nach oben, tschalalalalala Mh Mh Kader sind mir hier wieder 173, ne? Äh, 171 Hä? Na, F3, wo... Fliegen! Achso, mit Dingels da den Nummern Es regnet! Haha! Oh, ich hab Gold gefunden Oh, ich hab Gold gefunden So, warum lauf jetzt Ringwand? Egal Warum nicht? Tung, gtung, gtung, gtung Tut leicht weh Oh, ich hab... Ich hab Gold gefunden Ich hab Gold gefunden, wo ich vom Revy gekriegt Haha! Ihhh, Regen, ihhh, geht Wäääh, ich werd nass Regen ist das? Ja Tobi, isser Zucker Was bin ich? Ist, ehrlich gesagt, Dings Regenbögen und Minecraft Regenbögen? Ja Alter, was hast du ihm gesoffen? Creeper! Spinde! Zombie! Was ich gesoffen hab, Tobi Was ich gesoffen hab, Tobi Spülmittel 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 Wasmittel Waschmittel Hab ich geschnült Weißer Riese Weißer Riese hab ich geschnült Weißt du doch Ja Er hat persilgeschnüffel Weißer Riese getrunken Was? Du willst gleich wissen, was ich geraucht hab Vanish Vertrau Pink Vertrau Grün Vergiss Flecken Oh, sogar ein Gewitter Jo Das hab ich hier unten gehört Tobi, ich hab eine Höhle gefunden Nein, hast du gar nicht Ich hab eine gefunden Vielleicht sind wir in der selben Höhle Ich glaub ich mach mal den Sound runter Jaaaa Meine Mars war wieder aus Ich steh den Rest schon nicht mehr Ist das schön Ich hörs hier unten in der Höhle sogar noch Ja, aber ich hab heute nicht Alter, ich war auf Level 6 Und dann hörte er oben Lava Äh, oben Gewitter in die Dolster Gewitter ist normal, das ist ebenen durchdringend Ja? Ja Du kannst auch gar so einen Blitzeinschlag haben Der Donnergott ist gegen uns Hustlos Nein, ist doch nicht Er tut nur so Er war nie für uns Höhöhö Also war vor Anfang gegen uns Nein Doch, wenn wir schon bei den ersten Folgen guckst du Aber so wie jetzt in der ersten Folgen immer Eiskalt Alle zwei Folgen die Regen haben, so wie Mh Boi, wie wir drei Immer wenn wir drehen aufnommen, nur wie drei sind nur wie drei sind, es regnet und muss dann nicht ganz sein Na Opfer Ja Ja, überleg mal die letzte, wo wir nur drei waren Am Anfang, wo wir das Feld gebaut haben Wenn ich vielleicht Opfertime Ja Wenn man Optifine nicht lesen kann und Opfertime liest, ist das ziemlich peinlich Alessa Ja Autsch Wenn doch mal weh tun würde Ich hab von Hext ein fertiges Dings gekriegt, fertig mit Optifine, ne Mach das auf, Alessa liest immer Dings draus Opfertime Ja Oh nein, Lava, nein Ich verkacke, nein Stirb, 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 stirb Stirb, Kartoffel Nein 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 Haha, du darfst den Weg nochmal neu laufen Oh, fuck it Fucky Ich dachte, take it Ja, take it, genau Autsch Wo wir gerade bei Flachwitzen sind Äh, cool, ich habe einen Spawner gefunden Echt? Ja, vor allem, ich hab genau drauf zugebrudelt Was spawnt ihr? Äh, Zornbienchen Jo, geil Merke wohl das Äh Ich hab doch aus Gleick geschossen Und gewittert es hier draußen aber richtig Aber sind gewittert wie bearbeitet worden, ist die besser so nur so? Obi? Was? Sind gewittert wie bearbeitet worden, ist die besser so nur so? Ne Ja Dann hab ich länger das noch gehabt einfach nur Aufsett schon haben wir gar keinen Also die Stimmung ist echt geil, gerade hier unten in der Höhle, wenn jetzt oben ein Gewitter Hm Äh Zwei Eimer, drei Brote und nen Sattel Und noch drei Eimer Auch oben Den Sattel bringst du da mein Zimmer, ne? Ja Können wir Sachen machen Und ne Menge Mozzies down Den kannst du auch mitbringen, den brauch ich, den wir nicht haben Das ist aber nicht Die bei Mozzies Gruselig Ja, wo ich hab, wenn es direkt müssen gar raus mit der Höhle Wie kann Lava neben Wasser sein, ohne dass das Dings ist, ohne dass es zu kappeln wird? Ähm, das geht Ja, die hat beide Enden da, ne? Mhm Muss auch nicht sein, wenn Wasser, ähm, noch einen hat Und Lava zwei Dann geht das auch Okay Ne, genau andersrum war das glaube ich Keine Ahnung Wieder Schade Vor allem meine Eisenspitzhacke ist, ähm, bald kaputt Ich hab mir die Folge letztens nochmal angeguckt Welche? Ähm, da wo, äh, keine Diamantspitzhacke da war Ah, okay, die Keine Aha Auch gut finde ich ja die Folge, äh, dein Albtraum, das ist ja, ey Wo diese seltsamen, äh, Geräusche, was soll das für wie eh ein Albtraum klingt, ey Naja Man, die Zuschauer, sagt uns doch mal, was ihr für die bis jetzt beste Folge, Aufnahme oder dumme Zähne mit Green Sorrow, ähm, findet Mir? Ja Mit dir kann man nur dumme Zähne finden Ich war mein, an, an, abhand der Dings, anhand der bis jetzigen Reviews und sowas, würde ich mal meinen, dass das wohl anscheinend sehr beliebt war, äh, dass du bisher mit Zühlklapp hast Ja, da haben wir auch das meiste, äh, die meisten Werbung mitgemacht Niko, die haben sogar einen Trailer gebaut Ja Ja, der war nix prägend, weil den niemand gesehen hat, haha Ja, doch, es hat Ali, die haben mir gesehen, bevor ich runternehmen musste wieder Da war ja eine Nacht lang drauf, um YouTube Echt? Echt? Ja Egal, ich baum Vor allem, wenn ich mir das hier so angucke, die wirklich sieht voll geil aus Tobi? Ja Wenn ich jetzt eigentlich rauskrieg, dass man, dass die verwenden darf, ne? Kann ich die wieder hochladen? Theoretisch, ja Wenn jetzt, theoretisch, wir finden jetzt, äh, wir finden jetzt raus, dass mit Zähne frei ist Deswegen sag ich ja, theoretisch, ja Alter Schwede, ey Ich mach auch mal Sound ein bisschen leiser Komm, ich mach Musik an Nee Doch Lass mal Die in-game Musik Achso, ich dachte gerade Das anderen mach ich dann eigentlich, keine Angst Da müssen wir uns das erste Mal spielen Oh Tobi, ich hab nachwärts, 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 nachwärts den Gefuhnen Da war Gefuuuuuuuuuuuut Ja, ich hab ja auch Ich hab grad einen Fuh-Moment gehabt Du musst dir vorstellen, ich brauche Dreck weg Geh einen Schritt nach vorne und laupt direkt über dieses Loch drüber, wo Lava drunter ist Nimm Lava-Sla zu liegen Haha Ich würde sagen, fail Ähm, jetzt machen die Zuschauer nochmal Wow, die werden ja heute richtig eingebunden Wow Naja Ähm, falls einer von euch irgendwie mal im Internet oder sonst irgendwo ne Liste hat mit Gamer-freier Musik, die wir bei YouTube-Videos reinsetzen dürfen, ohne die Rechte zu verletzen Ähm, werden wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns ne Liste schickt, dann könnt ihr noch mal ein bisschen Musik im Hintergrund laufen lassen Nur da ist dann mal so ein bisschen das Problem bei Unnützig Lava Nö, ist eigentlich mal so interessant, dann muss man nicht die ganze Zeit labern und so wie bei Minen ist es auch ein bisschen interessanter dann Ich wollte was anderes damit Achso Aha Genau Genau Und ich werde schon wieder vollgespürmt Tobi Bäm, Entschuldigung Tobi Ja, was Wie war das noch mit dem? Welch Geräusch macht der IG-Stat der Lava-Feld? Äh Ja Welch Geräusch macht der IG-Stat der Lava-Feld? So Ja Alter, wir jetzt erstmal alles gekämpft, gewinnt draußen Ja, hat der das gecheckt? Nö Nö Aber ich bin ganz einfach ausgewittert Ja, ne Alter, aber ich bin nicht gelandet in der Höhle Oh, noch mal ab Im Nordosten vom Westen Na klar Genau, Nord-O-West-O-O-S Geh den Sammlein Oh, egal, brauchen wir zwar nicht, aber egal, ob es auch einsamle Ich will da was haben Hm Blaue Schafe FDW Haben wir doch schon Och nö, mein wertvollster Besitz ist kaputt Was denn? Deine Diamantschaufel Nein, Diamantschaufel Goldschaufel 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 Diamantschaufel ist so was von sinnlos Hab ich schon mal gemacht Ich auch Weißt du was das unnützendste Werkzeug ist, das man bauen kann? Wow Na Das war mies, du Die Diamant-Dingshacke Diamantschaufel Mando Na gut, geht eigentlich, wenn man viel farmt oder so, halt viel Getreide braucht Aber ich finde das eben nur unnützend Ich wurde grad volle Kenne gemobbt Spawn Ein Creeper Boah, das ist noch einer Ha Die sind hier bei einem Hotel, ne? Was? Ja Einer in der Eingangshalle Ok, das war grad stumpf Es gewittert gerade bei mir und äh, es gewittert gerade bei Minecraft und bei mir blitzt die Höhle einmal auf Ja, deswegen, dass es, äh, Höhlen durchdringt, das ist noch verpackt Das ist gerade richtig geil aus, muss ich sagen Schon wieder Alter, wie sind da so viele Creeper Äh, bei Gewitter spawnen Monster allgemein mehr Aber auch noch nicht Ja, das Vatel ist leider nicht sonderlich ausgereicht, das ist immer Äh, ja, wie ausgereicht das bei, bei Dings, äh, spawnen mehr Monster Allgemein Das ist ätzend Vor allem gefährlich mit Dings mit Creepern, weil Creeper ja Supersarge werden können Schon mal einen gehabt, Tobi? Ja Supersarge Creeper Die droppen aber auch mehr Schwarzpulver Ist aber auch arschgefährlich Die haben drauf eine gesprengkraft von meinen Creeper Dreifache Dreifache, super Ok, mein Doppel darüber Nö, also, ich hab das ausprobiert, die haben, äh, fast 10 Blöcke Dreck weggesprengt Puh Die vier sind definitiv gefährlich als normale Creeper Das sowieso Das wäre ja auch Supersarge Creeper Flachwitz, Füße hoch! Dung! Alles aber auch, was ein Gerät hat die Füße immer oben Ja, ich komm noch nicht mal auf den Boden mit den Füßen Lustig So, ähm, gut, dass ich Sticks Gut, dass ich Sticks dabei habe Wieso? Ich brauch neue Fackeln Tobi, ich bin reich Haha, ich bin reicher und ich bin mal Badrock Wieso bist du reicher? Ich hab Gold Und? Ich hab Diamanten Brauchst du Diamanten her? Ja Haha, ein Baum Ein Baum? Ja Diamanten wachsen auf Bäumen? Ja Ja, sowieso Und ich geh nach unten Ne, ey, ich träume Äh, jetzt hab ich wirklich Diamanten Hahaha Ach, das wollte ich gar nicht? Vier Stück No Cheater Äh, sechs, fünf Stück Sechs Stück Kohle Kohle Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle, Kohle Eisen Eisen, 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 Eisen Eisen, Eisen, Eisen Wir lieben alle Eisen Wieso? Ich bin dafür, dass wir echt mal Dass auch wir unsere eigene MicroStone machen, du Nein Viel Spaß dir Weil ich haben Ich lieber Red Hexer, glaub mal Da, da ziehen die durch Ich weiß, die sollen aber lieber woanders erstmal die Songs machen Was sie aber jetzt nicht besprechen, weil es nichts mit einem Spiel zu tun hat Naja doch, es hat was mit einem Spiel zu tun, aber nichts mit einem Let's Play Bb, Carmilla Tschüss Die Roadbag Na Nico, weißt du wo mit zu tun hat Na Nico, weißt du wo mit zu tun hat